So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Rackfest und wir machen heute ein bisschen weiter mit dem, was uns als nächstes ansteht. Was haben wir denn hier? Ein Riesenschlepprennen? Ja, super. Kann man gar nicht fahren, ne? Den Wagen? Ne. Cool, fahren wir heute mal ein bisschen LKW. So, dann starten wir heute mal rein. Bin mal gespannt, wie das ausgehen wird, wie das wird. Ich denke mal, Überlebensrennen ist es so. Naja, schauen. Bin mal gespannt. Wer endet das Rennen auf Position 1? Wir sind neunter von zwölf insgesamt. Dann schauen wir einfach mal. Es geht hier wahrscheinlich jetzt mal darum, ein bisschen wegzurammen hier. Sonst ein bisschen Respekt und Platz war allerdings nicht zu schaffen. Wer war mal da? So, das brennt so an, Kotz. Ja, auch hier sind es drei Runden insgesamt heute nur. Von dem ich... Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen was passieren, dass wir es bei Kotzanfang sind. Genau. Rappt euch gegenseitig mal raus. Und das ist die Rennen. Kommt dann hier führen. Den Rennen sind sie schon wieder am... ...sich haben wir kriegen. Das sollten sie aber ruhig mal machen. Das hilft mich nicht. Nein. Wenn sie besser ist, was haben wir denn überhaupt als Vorgabe fürs Ziel? Schlage. Ach, sie können mindestens 50 Meter Vorschriften. Ja, einer, der uns noch ein bisschen an der Wacke kleben will. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Ja, hier. Das werden immer noch an die Seitenrutschen ein bisschen raus, das ist für uns auch gut so. Weil wir sollen ja mindestens 50 Meter Vorsprung haben, ne? So, letzte Runde. Auch da hinten ist schon so ein Gewächs, aber wir machen das nur so, wir werden pro Folge, egal wie lange das dauert, pro Rennen eine Folge machen, egal wie lange das dauert, wenn ja auch nur 10 Minuten dauert die Folge, ist das dann jetzt einfach im Moment so. Die letzten Folge habt ihr ja ein bisschen längere Turniere gesehen und ja. Ich denke mal, passt das so. Was wir danach machen, dann weiß ich doch nicht. Gucken. Auf jeden Fall gewinnen wir schon mal diesen ersten Lauf. Mal gucken, ob wir es geschafft haben, die... Oder mal gucken, ob wir es geschafft haben, die Dings, die Erfolg haben zu erreichen. Ob diese 50 Meter dabei waren. Wir nehmen wieder Kohle mit, 3.900, sagen wir mal fast 50.000. Ja, haben wir. Sehr gut. So, was haben wir hier als nächstes für ein Auto? Wir müssen ein amerikanisches A-Klasse-Auto haben. Äh, das werde ich mir noch schnell kaufen jetzt, damit wir das machen können. Und dann machen wir mal Feierabend für heute. So. Äh, Mark. Amerikanisches A-Klasse-Auto brauchen wir auf alle Fälle, hat er gesagt. Das ist ein Japaner. Das ist ein Europäer. Das ist wieder ein Japaner. Das ist wieder ein Europäer. Ein Ami. H254. Sehr gut. Dann nehmen wir das Auto doch mal mit. Wir haben ja Kohle genug. Dann haben wir den Nordcutter. Und bauen uns die Mühle nehme ich jetzt auch mal auf. So, meine Wagen. Dann kann man nämlich ja das erste Ding machen. Upgrades. Wenn du Power reinhauen. Kohle, wie gesagt, wir haben 25 Millionen noch. Ah, 25.000. So. Reiner mit. 317. Und 322. Wie gesagt, ich will ja nur das Auto haben. Das Auto bauen, so. Ach, ich wollte jetzt was anderes machen. Panzerung. Der kriegt jetzt schön ein bisschen Beschleunigung mit rein. 290 nur. Den hat er was drin. 98. Na, der kriegt halt ein bisschen robuster drin. So, Optik. Machen wir mal ein bisschen, spielen wir mal ein bisschen mit dem Ding. Nein. Dann spiele ich ein bisschen mit dem Tuning. Geht mir das irgendwo besser. Ja, sowas ist ein Quatsch, brauche ich es gerade nicht. Eine Mädchen der Räder auch. So. Dann mache ich jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Breakfast und dann... Davon darf ich das Auto nicht nehmen? Hä? Na gut. Und äh... Dann ist es halt jetzt gerade so. Ich verstehe mich gerade echt nicht, weil ich habe eigentlich doch das Auto genommen jetzt oder nicht. Moment. Meine Autos. Hä? Ich habe mir jetzt echt umsonst ein Auto gekauft. Ist es ein Amerikaner? Ist es in der Klasse A? Muss ich einen Frontantrieb nehmen? Das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich da den Fehler gemacht habe. Wildmeisters. Wunder mich gerade. Soll ich die nicht nehmen darf. Na ja. Dann würde ich es dann aber trotzdem feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir mal wieder mal ein bisschen was.